Hallo, Ella. Ich gehe auf den Weihnachtsmarkt. Kommst du mit? Hallo, Paul. Ja, gerne. Wollen wir dort essen und trinken? Ja, das können wir machen. Dort gibt es Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln, Maronen und noch viel mehr. Oh, schön. Das hört sich toll an. Lass uns gehen. Oh, so viele Menschen. Sieh mal, dort ist der Weihnachtsmann. Er verteilt Geschenke an die Kinder. Ja, und neben ihm steht ein Weihnachtsengel. Wie schön. Schau mal, dort hinten steht der Schlitten mit den Rentieren. Was essen wir denn jetzt? Oder wollen wir nur einen Glühwein trinken? Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe nicht so viel Hunger. Gut, dann bestelle ich jetzt Glühwein. Guten Abend. Was darf es sein? Ich hätte gerne zwei Becher Glühwein. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann neun Euro. Danke. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Abend. Bitte schön, Ella. Der Glühwein ist sehr heiß. Mh, danke. Der duftet aber gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank. Vielen Dank.